Uh, 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 jetzt gehen wir wieder ran, sind's ganz locker, sportlich und mit Fun. Die Schule ist, ich hab's gepostet, der Shop, wo Wissen gar nichts kostet, außer etwas selbst gestalten und öfter mal das Hirn einschalten. Mach doch mit, es lohnt sich immer, später lernen wird echt schlimmer. Du merkst doch auch, dass es gut passt, bist stolz drauf, wenn du was auf dem Kasten hast. Wir werden keine Zeit verpassen und uns noch nicht hinlassen. Nach den Ferien, bis vor den Ferien, ja, da gibt es viele Kriterien, alles hat so seine Zeit und jetzt ist es halt, wir waren so weit. Uh, 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 die Schule beginnt, yeah, die Zeit beginnt. Uh, 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 jetzt gehen wir wieder ran, Mhm, oh, yeah. Ohne Schule bleibst du doof und kehrst dann später nur den Hof von dem, der sich kaputt dann lacht, denn Wissen ist ganz klar ne Macht, die Sprache ist dazu der Schlüssel. Öffne dir so manche Tür, nimm mit, was dir geboten wird, deswegen sind wir hier. Wir werden keine Zeit verpressen und uns doch nicht hängen lassen. Nach den Firmen ist vor den Ferien, ja da gibt es viele Kriterien. Alles hat so seine Zeit und jetzt ist es halt wieder mal bereit. Uh, die Schule beginnt, wenn wir die Ferienzeit vernehmt. Uh, jetzt gehen wir wieder ran, ins ganz locker Sport. Oh, yeah.